Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, wenn es was bringen würde. Hört doch bitte auf, immer auf mich zu schießen, verdammt. Ist ja nicht mehr auszuhalten. Das hältst du ja im Kopf nicht aus hier. Also einmal bitte, danke. Ja, bla 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 bla, brennende Beweise, ramm, bla. Weißt du, warum ich nicht einfach mit einem scheiß Raketenwerfer auf die Kiste schießen kann und fertig? Weißt du, ihr macht mir das Leben schwer. Weißt du, mit dem Auto in den Park fahren darf ich und Leute umfahren, bis zu drei Leute umfahren. Aber wenn ich da mal so ein Kack-Auto ramme, dann ist hier direkt Holland in Not, ey. Ich bin ein wenig im Rage-Modus, liebe Leute. Aber nur ein wenig. Da war ein Bestechungsgeschenk. Das werde ich mir jetzt gleich mal einsammeln. So, wir müssen schon mal nicht aussteigen, um die Päckchen einzusammeln. Das wissen wir jetzt auch. Weißt du, wie schnell der mit diesem Kack-Bobcat ist, ne? Unmöglich. Sammel es doch ein! So, Moment. Bevor jetzt hier nämlich wieder irgendwas passiert, was ich später bereuen werde. Scheiße, wo war das denn jetzt? Kacke, habe ich mich schon wieder verguckt, ne? So, das war Nummer zwei. Einmal bitte aufhören, mich zu rammen. Das wäre lieb. Danke. Danke. So, das war Nummer drei. Jetzt hänge ich hier fest. Ich darf nur keine unschuldigen Leute umfahren. So, jetzt hole ich mir Nummer vier. So, jetzt habe ich Nummer vier. Fuck. So, Nummer fünf. So, jetzt muss ich mir nur noch Nummer sechs holen. Dann ist mir alles egal. Okay, die Polizei ist hartnäckig. Aber noch lange nicht so hartnäckig wie eben beim ersten Versuch. Diesmal stellen wir uns auch ein bisschen besser an. So, jetzt hängt der nämlich da fest, ne? Wo ist der hin? Kriegst du mich so aus? Fährt er einmal im Kreis. So, komm schon. Komm schon. Ich will nur noch das sechste Päckchen haben. Bitte. Wo ist das? Da. Oh, bitte geht. Bitte geht einfach. Boah. Das ist doch nicht wahr. Hau ab. Ich werde ein wenig nervös. So, ich werde den Wagen nämlich jetzt reparieren. Ich will die Bullen nämlich loswerden. Die gehen mir tierisch auf die Nüsschen. Meine Güte, ey. So. Ihr seid doch bescheuert im Kopf. Ohne Quatsch. Jetzt fahren die in den Pay & Spray rein. So, jetzt werde ich mir hier ein kleines Böhmchen einbauen lassen. So. Gott sei Dank haben wir die Mission jetzt beendet. Dann werden wir die Karre irgendwo hier unten an den Hafen ranfahren. Und dann werden wir die zum Explodieren bringen. Jetzt habe ich die Nase voll von der Mission. Das glaubt ihr gar nicht. So. Hä, wieso kann ich denn die Bombe nicht auswählen? Ach so. Ja, klar. Ja. Komm schon. Sehr schön. So, dann haben wir das auch erledigt. Aber Moment. Warte mal. Hä? Wir haben ein D auf der Karte. D. D, D, D. Irgendwas. Donald. 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 Nicht Donald Trump. Donald Love. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendein Donald auf jeden Fall. Irgend so ein reicher Heini. Aber wir gucken, dass wir jetzt noch die eine Mission machen von Ray. Erstmal. Erstmal warten, bis die Alarmanlage aufhört. Ich habe echt keinen Nerv mehr auf die Bullen. So, dann gehen wir uns aber jetzt vorher nochmal ausrüsten. Aber diesmal gehen wir uns nur eine schusssichere Weste holen und die AK. Jetzt hat er natürlich klar. Komm, einmal noch. So. Gut. What the fuck. Da ist dem Jadi-Typen die Kiste geklaut worden und der kann nichts dagegen tun. Das ist dumm gelaufen. Also der Jadi muss jetzt dumm laufen. Versteht aber, er hat kein Auto mehr. Wua-ha. Aha. Ich bin an Witz und Charme heute wieder. Unübertreffbar trefflich. Tödliche Bootsfahrt. Klau ein Polizeiboot. Und wir wissen auch, wo ein Polizeiboot ist. Also wo normalerweise ein Polizeiboot ist. Ich weiß nicht, ob es immer da steht. Aber in der letzten Mission, die wir mit einem Polizeiboot gemacht haben, stand da ja eins. Vielleicht ist es diesmal ja auch so. Wir werden es jetzt herausfinden. Das war geplant. Übrigens. Nur mal so nebenbei. Ähm, wir müssen dafür Ne, hier lang nicht. Wir müssen da hinten lang. Das war Also hier steht keins. Doch, da steht eins. Sehr schön. Ich glaube, die Schwierigkeit bei der Mission war diesmal, dass der Typ mit explosiven Fässern schmeißt oder so. So, Moment. So, okay. Dann wollen wir mal. Jetzt ist wieder ein bisschen Unterhaltung auf mich eingestellt, weil man in einem Polizeiboot, warum auch immer, keine Musik hat. Kein Radio. Da wäre auch eins gewesen. Hm. Okay. Okay, warum auch nicht. Ich weiß gar nicht. Kommen wir hier drunter durch? Jo, kommen wir. Dann ist ja alles locker. Locker vom Hocker. Hau ich euch. Ich glaube, das wird doch die letzte Mission sein. Wir haben jetzt 11.28 Uhr. Dadurch, dass die eine Mission so elendig lang gedauert hat. Aber wir haben sie trotzdem geschafft. Das muss man mir ja lassen. Wir haben sie geschafft. Und mir muss man das lassen. Also ich habe sie geschafft. Aber ist ja egal. Ich beziehe meine Zuschauer ja immer wieder gerne mit ein. Da ist er. Voll der seltsame Typ. In seinem Knight Rider Boot. Jetzt hat er uns natürlich gesehen. Wieso dreht der denn? Was ist das für ein Typ? Schaden. Wo wird der hin? Wo willst du hin, Bro? Bro. Würdest du mal irgendwie sterben? Vielleicht wärst du so freundlich. Och nö. Ey, das ist doch kacke alles. What the fuck? So. Moment. Mein Gott, ey. Er wollte bestimmt in das Fahrzeug da einsteigen. Die Fässer sind ein bisschen spät explodiert, ne? Sah irgendwie komisch aus. Aber naja, okay. Was will man machen? So spielt das Leben. Und da triggert sich der Zug irgendwie lang. Gut, meine lieben Leute. Ich werde dann aber sagen, ich mache hier Schluss. Ich habe jetzt wieder ein bisschen was aufgenommen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den Folgen. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Und hören uns in der nächsten Aufnahme wieder. Also bis dann. Euer Shithead. Peace. Peace.